Also hier ist nichts. Oh, shit! Fuck! Sniper Pro, oder? Fuck! Links! Ich hab ihn gesehen! Unten! Rechts! Rechts! Hinter dir! Alter, ich dachte, du hast ihn gesehen! Ey, ich sitz da so stark! Alter, wir sind voll die Pros ohne Spaß! Ja, ohne Spaß! Ey, ich hab so ein fucking Herzrasen, ne? Hier oben, A! Lang! Das stimmt ja so nicht! Ja, natürlich hinten, bei euch war's, beim Auto! Beide haben auch mich drauf geballert! Ich hab mich drauf geballert! Ehrlich? Ey, Jonas, du hast die Bombe vergessen! Ups! Du weißt ja doch! Nein, weißt ja! Egoooll! Pfff! Du hast ihn grade gesehen, oder? Zeit machen für die nächste Runde! Sollte ich? Ja, weil der direkt da glatt ist! Dem, 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 dem! Alle Leute, macht dir die Runde nicht so spannend! Pfff! Alter! Alter! Sehr geil! Um 12 Punkte geht's, ne? Ja! Oh Gott! Ich hab Bock! Ist doch easy going, Alter! Nicht! Alter! Bin ich zu blöd, den zu treffen, ohne Spaß! Hab ich ihn ja nicht! Ich hab alle Zeit der Welt, weil der mich nicht gesehen hat! Doch, als du geschossen hast! Ja, als ich geschossen habe, aber du hättest mich nicht gesehen, wenn ich nicht geschossen hätte! Doch, ich hab da was bewegen sehen, aber sonst! Der sitzt unten im Haus, im Friseursalon! Der saß oben! Wo bist du? Du hast, du hast doch Aufklärungsdrohne, mach doch! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Weil ich glaub, die haben beide nicht eiskalt drin! Also Juli nicht! Die Zeit ist knapp! Äh, äh, sorry, 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 sorry! Äh, oh Mann! Die Bombe wurde platziert! Ich nach rechts weg! Du siehst, wo die stehen! Nein! Mit deiner, mit deiner Aufklärungsdrohne! Lang weg! Hä, wie haben die die Glätscher stört? Ja! Ja, zu spät! Zu spät! Zu spät! Ja, zu spät! Lass dich nicht killen, lass dich nicht killen! Perfekt! Die Runde verloren ist noch nicht vorbei! Der Stadt da oben war das... Was ist du, Juli? Was? Warst du das da oben, wo ich die gegeben hab? Nein! Nein, überhaupt nicht! Nee, du hast mir nichts gegeben! So weit ich weiß! Verbündete Harrier kommt! Was? War der ein Vorräten drin? Ja! Wann hast du die Vorräte mir schon abgeworfen? Ganz am Anfang? Nö! Ich hatte 4-0! Klar! Du, der Teuch ist ja jetzt eh weg! What the fuck? Wie hat er geschaut? Ja, du bist da direkt an mir vorbeiklatscht! Was? Oder was? Jonas? Ja, ich glaub ich eher. Das ist doch ein Dreck, Alter! Ohne Spaß! Ich muss unbedingt mal eine andere Seite ausprobieren! Weil auf der Seite hier kann man echt krass snipern, aber auf der anderen! Fuck! Ja, Juli ist schon scheiße, oder? Mhm! Aber der weiß jetzt, wo wir sind, aber ich hab jetzt schon lange meine Position wieder gewechselt! Was? Du meinst, ich nicht? Ja, ne, ich snipest du, ne? Ja, klar! Ja! Ja, das ist gar kein Spieler! Ach, äh... Was? Das war gar kein Spieler! Natürlich war das ich! Ja, aber das, wo ich als erstes drauf geschossen hab, das ist nicht! Äh, doch, das hat mich mal fast getroffen! Hm... Ups! Bei irgendjemandem Hals! Ja, normalerweise bei dir! Warte, wo hab ich den Patty gekillt? Da oben? Fuck! Guter MNF! Da komm ich! Da komm ich! Da komm ich! Alter! Ok, Quickscopen ist nicht so mein Ding Black Ops-Style Quickscopen kannst du nicht mit der äh, mit der, äh, Ding Warum? Weil es nur mit der Intervention gut geht Weil die Intervention geradeaus Verzug ist Loll Gleich mal von hinten, wer war's? Juli Boah, frisst du ja so lang Klar! Oh, lol Ich bin gerade vorbeigelaufen Was? Bist du denn vorbeigelaufen? Ja Bei mir hast du dich instant zu mir gedreht Ich suche doch zu dir Tja Ich glaub das Spiel verlieren wir, Janis Glaub ich nicht Nee Wenn ich jetzt wieder meine Sniper-Skills auspacke Ich bin jetzt freu der Zaltrone im Anschlug Na klasse Der andere war O-A Hast du mal rein prophylaktisch zu A geschossen Oder hast du mich da gesehen? Also du hast ja eiskalt Ja Und Janis hab ich gesehen Und ihr zwei wart direkt nebeneinander So gut wie Er ist gerade A über dir lang gelaufen Er ist gerade A über dir lang gelaufen Na hast du den gesehen? Ich hab ihn gehört Sorry 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 Jonas sorry Was machst du alter? Ich hab keinen Namen gesehen Ich will nicht abschießen Achso wir müssen ja platzieren Ja Du weißt ja Ja platzieren wir halt mal bei B Äh ok Ey wie chill ich einfach nur Ich hab dich noch gesehen weißt Über die Nimm 9 5 D K Ich hab da irgendwas laufen sehen und dann warst du weg Christoph Ja ich grad wollte ich mich umdrehen weil ich eigentlich geahnt hab dass du da drinnen stehst Ok Wir haben die Bombe Leck mich doch, Alter Dann steht er da schon Tja, Jonas ist halt geil Tja, Jonas ist halt geil Ja, ich muss jetzt eben Jonas Gell Wir platzieren mal Gibt das in Ordnung? Ach da Wo ist er? Ja wo? Ich hab keine Ahnung Der kommt doch da gleich Irgendwo bei der Bombe Alter Alter war das Ja, irgendwo bei der Bombe Ja Der läuft doch weiter Können wir wirklich? Ja Ich darf nicht mal bestehen Alle Wie soll ich denn sagen, wo ich Bei der Bombe He, 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 Mama Ja Alter Ich wusste, dass du da rumkommst Alter, ich hab dich grad hinten gesehen Pfff Und dann bin ich weitergelatscht Ohne Spaß Leck mir doch die Nüsschen Leck mir doch die Nüsschen Leck mir doch die Nüsschen, yeah Okay Okay, bei B eh schon nicht Ja, wahrscheinlich bei seinem Lieblingsplatz Oben drauf irgendwie Wo ist das hinter dir? Ja Pfff, 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 pfff Welche probieren wir denn jetzt noch? Oh der Fak, hab ich bitte geportet? Ja, ein bisschen Ich war bei mir hinter der Mauer Ja Das Team verteidigen Ich hab Spaß, ich hab Spaß Ich hab Gas, ich hab Gas Ich hab Gas Ich hab Gas Ich hab Gas B ist komplett frei Weiß Ach du bist ja da Pfff Okay Hä? Hier ist aber auch nichts Äh, Yannis Ich würd, ich würd da weggehen Nein, nein, ich hab das erstes gemessert Ohne Spaß Ich bin aufgestanden, hab ich rumgedreht Hab gemessert Und dann kommt erst das von dir Ich hab, ich hab gesehen Dass da jemand angelauscht gekommen ist Und ich wusste Alter, fuck Der steht jetzt hinter mir Ohne Witz Hehehe 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 Loh Loh Ne Was? Ups Hast du den gesehen beim hochflatschen? Verbündete Harrier kommt Hintel Hintel Äh, für was braucht du jetzt noch Harrier? Was braucht du jetzt noch Harrier? Wuscht du eh Er hat Zeit Was? Hehehe Hehehe Sooo Oh, was war das für eine Runde, Leute HALTER Er stand 8-8 Und dann Ja Hehehe Aber ich muss echt sagen Richtig geile Runde Die war jetzt mal wirklich richtig spannend Und richtig lang Weiß ich nicht, soll man noch eine? Ah nee, komm jetzt machen wir online, oder? Ja, bitte danke Ja, okay Ja, okay So Was ist hier für diese Folge? Wir verabschieden uns hier von YouTube Ja, und wir sagen bis zum nächsten Mal, tschüss! Tschüss! Ah, und Stream geht weiter Stream geht weiter Stream geht weiter Ich muss jetzt nur ganz kurz die Aufnahme unter Dämon